Wie kann man im Spanisch einfach ausdrücken, dass etwas jemandem gut zu einem passt? Hallöchen, wir haben die Auffahrt bekommen, dass wir einen Aufsatz darüber schreiben sollen, einen Austauschschüler aufzunehmen, der gut zu uns passt. Am Anfang wollte ich schreiben, worum es geht. Also, so etwas wie, wie du weißt, suchen wir einen Mitschüler, einen Austauschschüler, der gut zu uns passt. Daher hier ein Überblick über meine Vorlieben, etc. Kann man das so ausdrücken? Como sabes mis compañeros de clase buscan un almino de interciapto que va ihr bien con nuestros oder anders? Liebe Grüße. Esto encaja muy bien. Also, ¿qué esto encaja muy bien? Das heißt, was passt gut. Du kannst gut, du passt gut zu mir, heißt Encajas muy bien conmigo. Und das heißt, der gut zu uns passt. Que nos queda bien. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.